Die Prostatenkrebs muss verschwinden in Jeschuna. Jetzt! Also Schmerzen werden verbessern. Ja. Wie viele Schmerzen hast du vorhin und wie viele jetzt? Vorhin war ich schon von 9 und jetzt bin ich von 9. Vorhin war ich von 9 und jetzt bin ich von 6. Dann bringen wir das auch noch weg. Die Schmerzen gehen das Ganze weg in Jeschuna. Jetzt! Jetzt bin ich auf 0. Jetzt bist du auf 0. Hast du keine Schmerzen mehr? Nein. Halleluja. So eigenverstanden, siehst du. Jesus liebt dich mega. Er hat das alles gereicht für dich. Jesus ist so realer. Halleluja. Und jetzt kannst du bei Martins kontrollieren, gell? Und dann bestätigen lassen, dass du krebsfrei bist. Okay? Ja super. Halleluja. Ich bin klar. Untertitelung des ZDF, 2020